Hallo, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich wurde gefragt, ob ich etwas Einleitendes mache und das wäre irgendwie auch das Konzept dieser Reihe. Ich weiß nicht genau, ob mir das gelungen ist. Ich habe versucht, in die Psychoanalyse einzuleiten und ich werde euch zuerst erklären, warum ich das für relevant halte und dann sozusagen in einige Grundkategorien der Psychoanalyse einzuleiten. Für diejenigen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben oder gar nicht mit Gesellschaftskritik beschäftigt haben, mag es vor allem am Anfang ein bisschen holprig sein, aber das finde ich nicht so schlimm, weil es geht bei einem Vortrag auch nicht darum, alles zu verstehen und ich will auch nicht irgendwie fertiges Wissen euch jetzt vorführen sozusagen, sondern es geht mir eher darum, dass ihr euch selber in Fragen stellt und weiter euch mit Gesellschaftskritik beschäftigt. Die Trennung von Individuum und Gesellschaft, wie ich sie auch in meinem Ankündigungstext vorgenommen habe, bleibt heutzutage meist unhinterfragt. Die Annahme dabei ist häufig, es gäbe einzelne Individuen und außerhalb derer gesellschaftliche Strukturen, die auf diese Individuen einwirken oder auch nicht einwirken. Diese Trennung ist mit Adorno wahr und falsch zugleich. Falsch wäre sie, würde sie unvermittelt mit der Annahme vorgenommen, sie sei grundkonstante sozialen Lebens schon immer dagewesen und eine unveränderbare Kategorie. Dagegen ist zu sagen, ohne Individuen keine Gesellschaft und ohne Gesellschaft keine Individuen. Diese beiden Kategorien bedingen sich nicht nur gegenseitig, sondern das Individuum ist schon von vornherein in seine Form und in seinem Inhalt gesellschaftlich. Ebenso, wie die Gesellschaft von den Individuen hervorgebracht und reproduziert wird. Eine klare Trennung, wo Gesellschaft aufhört und Individuum anfängt oder umgekehrt, ist also eigentlich nicht möglich. Wahr ist sie dennoch. Im Kapitalismus haben sich gesellschaftliche Strukturen tatsächlich den Individuen gegenüber als Objektive verselbstständigt. Dabei richtet sich die Gesellschaft nicht nach den Individuen, sondern umgekehrt. Die Individuen müssen sich, ob in der Politik oder im Alltagsleben, nach den gesellschaftlichen Strukturen der wahren Produktion richten und können sich nur innerhalb derer bewegen. Die Aufrechterhaltung der Gesellschaft, auch wenn sie sich verselbstständigt hat und dem Einzelnen Zwänge auferlegt, nach denen er oder sie sich richten muss, kann nur durch die Einzelnen selbst hindurch passieren. Die Individuen reproduzieren also ein gesellschaftliches Verhältnis außer ihnen, das sich über sie hinweg setzt und ihnen gegenüber Zwang ausübt. Augenmerklich werden solche Irrationalitäten, wenn zum Beispiel in der Wirtschaft von Sachzwängen die Rede ist. Das klingt so, als ob eine natürliche Sache oder ein Naturgesetz über die Menschen walten würde. Die Sachen, die da zwingen, sind allerdings selbst gesellschaftlich hervorgebracht und somit veränderbar. Individuum und Gesellschaft stehen also in einem Widerspruch zueinander. Dieses Verhältnis ist allerdings keines zwischen zwei Gleichen, sondern das einzelne Individuum ist hinsichtlich der gesellschaftlichen Strukturen ohnmächtig. Die Individuen müssen sich dem Zwangsverhältnis der Gesellschaft unterwerfen und haben vereinzelt eine äußerst geringe bis keinen Handlungsspielraum, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern oder umzustürzen. Also wenn ich einkaufen gehe und ich zahle, dann hat das für mich Konsequenzen und ich muss mich in bestimmten Formen verhalten, um überleben zu können. Ein kritisches Bewusstsein des oder der Einzelnen den falschen gesellschaftlichen Verhältnissen gegenüber reicht noch nicht aus, den Zwang abzuschaffen, den die Gesellschaft auf die Einzelne ausübt. Diesen Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft muss Gesellschaftskritik reflektieren. Dabei sollte deren Ziel sein, den eigenen Gegenstand und damit auch sich selbst abzuschaffen. Gesellschaft zeichnet sich nach Adorno gerade dadurch aus, dass sie ein Verhältnis zwischen vereinzelten atomistischen Individuen ist. Die Individuen sind nicht unmittelbar voneinander abhängig, sondern immer vermittelt durch den gesellschaftlichen Verwertungs- bzw. bei Adorno-Tauschzusammenhang. In diesem werden die Individuen auf ihre Verstandes- und Arbeitsfähigkeit reduziert und damit zu vereinzelten monadischen Subjekten degradiert. Gerade weil die Individuen vereinzelt sind und gegensätzliche Interessen haben, sind sie voneinander abhängig. Wenn die Psychoanalyse sich also das Individuum als Vereinzeltes anschaut, ist es keine methodische Spitzfindigkeit oder gar ein heuristischer Fehler, sondern resultiert aus der tatsächlichen Vereinzelung der Menschen in der Realität. Die Trennung von Kritik der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse und von Kritik der einzelnen psychischen Individuen entspricht also einem gesellschaftlichen Verhältnis, in dem ein tatsächlicher Bruch zwischen Individuum und Gesellschaft existiert. Individuum und Gesellschaft müssen also als jeweils eigenständige Instanzen begriffen werden, denen eigene Qualitäten zukommen. Weder kann also aus der Kritik der objektiven Verhältnisse auf die einzelnen Subjekte deterministisch geschlossen werden, noch kann aus der Summe der Individuen auf die Gesellschaft geschlossen werden. Es braucht also zwei eigenständige Theorien, eine der objektiven gesellschaftlichen Strukturen und eine des Individuums, um kapitalistisch Gesellschaft kritisieren und abschaffen zu können. Karl Marx' Kritik der politischen Ökonomie erweist sich dabei für eine Kritik der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse als äußerst fruchtbar. Er zeigt die Gewaltförmigkeit und den Zwangscharakter der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Der irrationale Zweck des Kapitals, nämlich aus Geld mehr zu machen, ist gesetzt und es kommt für die Individuen nur darauf an, die passenden Mittel dazu zu finden. Die spezifische stoffliche Qualität der Ware, also dass sie aus Holz ist oder die eine neue Frisur verschafft, spielt in Produktion und Tausch keine Rolle mehr. Die in den Waren vergegenständigte, verausgabte Arbeitskraft wird gleichgesetzt, wodurch die Waren einen Wert erhalten. Damit setzen die bürgerlichen Subjekte auch ihre Arbeitskraft unabhängig von deren spezifischer Qualität und sich selbst als Arbeitende gleich. In diesem Tauschverhältnis stehen sich die Subjekte also als Gleiche und Freie gegenüber. Also im Tausch geht es nicht darum, wer tauscht, sondern es geht darum, dass sozusagen eine Ware getauscht wird. Und da wird abstrahiert, dass die Waren ja eigentlich völlig unterschiedliche Dinge sind. Also an sich gibt es ja nichts Gleiches zwischen einem Glas und meinem Geldstück zum Beispiel oder einem Zettel. Deswegen muss was Drittes gefunden werden. Das ist der Wert. Und der Wert entsteht dadurch, dass die Menschen ihre Arbeitskraft sich gleichsetzen. Also es geht nicht darum, was genau ich arbeite, wenn ich bezahlt werde. Also ob ich Friseurin bin oder Schreinerin oder an der Theke arbeite. Es geht nur darum, dass ich arbeite. Deswegen ist auch das bürgerliche Versprechen der Gleichheit dementsprechend schon auch eingelöst, aber eben nur in diesem Verhältnis. Karl Marx griff in seiner Kritik der politischen Ökonomie allerdings zu kurz. Wie Roswitha Scholz mit ihrer Wertabspartungskritik gezeigt hat, betrachtet Marx nur die eine Seite der Medaille. Marx erkennt hier nämlich nicht, und es ist auch kein Zufall, dass die Produktion von Wert schon immer gewisse Voraussetzungen hatte. Und Wert sowie Tauschsubjekt strukturell männliche Kategorien sind. Roswitha Scholz bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Zitat Der Arbeiter muss erzogen werden und braucht beständig Liebe, Hege, Pflege, ein warmes Essen auf dem Tisch, eine saubere Wohnung und so weiter und so fort. Das freie und gleiche Subjekt im Tausch braucht also ein eben nicht gleiches, ein Nicht-Subjekt. Dieses Nicht-Subjekt und diese Tätigkeiten im privaten Bereich, die zwar selbst keinen Wert schaffen, aber schon immer stille Voraussetzungen der Wertproduktion waren und sind, sind weiblich kommentiert und dementsprechend abgewertet, unfrei und ungleich. Mit Roswitha Scholz gehe ich also davon aus, dass das Geschlechterverhältnis im Kapitalismus kein Nebenwiderspruch ist, das nach der Abschaffung von Geld, Ware und Arbeit zu erledigen wäre oder das sich dadurch gar selbst erledigen würde. Vielmehr ist der Kapitalismus ohne Geschlechterverhältnis gar nicht zu denken. Die Abspaltung stellt wieder Wert einer Strukturkategorie des gesellschaftlichen Verhältnisses dar. Die Entwicklung dieses Verhältnisses ist geschichtlich betrachtet, nicht wie die Volkswirtschaftslehre es uns lernen will, eine friedliche Geschichte von vereinzelten Tauschwandlungen, unmittelbar und intentional, also bewusst und mit Absicht, hin zur bürgerlichen Gesellschaft. Robert Kurz hat in seinem Schwarzbuch Kapitalismus gezeigt, dass die Individuen durch Vertreibung, Mord und andere Gewalt dazu gezwungen werden, sich ihrem Subjektstatus anzunehmen bzw. sich darum zu kümmern, dass andere dies tun können. Außerdem war der Weg hin zum Warenproduzierenden Partei kein Intentionaler, sondern lief in zentralen Punkten hinter dem Rücken der Akteure statt. Es war und es ist ihnen bewusst, dass sie mit ihren Handlungen sich selbst auf verstandes- und arbeitsfähige Subjekte reduzieren. Nicht bewusst. Also nochmal, es war und es ist ihnen nicht bewusst, dass sie mit ihren Handlungen sich selbst auf verstandes- und arbeitsfähige Subjekte reduzieren und sich das Warenproduzierende Patriarchat als Gesellschaftsform schaffen. Marx sagt dazu, sie wissen es nicht, aber sie tun es. Diese gesellschaftlichen Strukturen treten den Menschen als ihren Fremde, als sachliche Verhältnisse gegenüber. Sie werden als unwiderruflich und unveränderbar wahrgenommen. Gesellschaftliche Gesetze gleichen in dieser Wahrnehmung Naturgesetzen. Sie sind geradezu, wie Marx sagt, die zweite Natur des Menschen. Dennoch waren es menschliche Handlungen, also Handlungen gesellschaftlicher Natur. Somit ist das Ergebnis dieser Handlungen zumindest gesellschaftlich veränderbar. Es kommt also darauf an, unsere spezifische Form der Gesellschaft und damit auch ihre Kategorien wie Subjekte und Individuum als gewordene, geschlechtliche und veränderbare zu begreifen. Der Kapitalismus hat aber nicht nur eine abscheuliche Geschichte hinter sich, sondern das Zwangsverhältnis, in dem wir leben, wirkt Tag für Tag. Damit die Individuen in diesem leben können, müssen sie die geschichtliche Entwicklung von Zwängen nachvollziehen. Horkam und Adorno schreiben in der Dialektik der Aufklärung, Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter der Menschen geschaffen war und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Um diese Wiederholung nachvollziehen, kritisieren und abschaffen zu können, brauchen wir eine adäquate, kritische Theorie des Subjekts. Denn obwohl die Verhältnisse einen objektiven Zwang auf die Individuen ausüben, sind diese in ihren Handlungen, Wünschen, Ideologien oder Reflexionsformen nicht determiniert, also von vornherein vorbestimmt. Christine Kirchhoff nennt dies eine Lücke, die Kritik möglich und nötig macht. Die Individuen sind für den Wert als automatisches Subjekt zwar funktional, Karl Marx nennt sie in dem Sinne Charaktermasken, gehen aber in dieser Funktion nicht vollständig auf. Sie leiden unter den gesellschaftlichen Verhältnissen. Genauso haben sie Handlungsspielräume. So ist zum Beispiel der Antisemitismus in der wahren Form zwar angelegt, die einzelnen Individuen müssen aber keine Antisemitinnen sein, sondern können ihre Lage auch reflektieren und die Verhältnisse umstürzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sie genau das nicht tun. Marx hat also gezeigt, dass die objektiven gesellschaftlichen Strukturen schlecht sind und den Menschen Gewalt antun. Trotzdem ist die Revolution ausgeblieben, beziehungsweise wurde verhindert. Es hat also nicht gereicht, nur die objektiven Verhältnisse zu kritisieren, um eine bessere Gesellschaft einrichten zu können. Warum schaffen also die Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht ab, die sie unterdrücken und tun stattdessen alles und finden noch die irrsten Argumente, um an dieser ganzen irrationalen, abscheulichen Veranstaltung festzuhalten? Um diese Frage beantworten zu können, brauchen wir ein Instrument, mit dem wir die subjektiven Verarbeitungsweisen der objektiven Irrationalität nachvollziehen können. Ob sich die Psychoanalyse dafür eignet, soll im Folgenden dadurch behandelt werden, indem ich einige zentrale psychoanalytische Kategorien einführe, nämlich die infantile Sexualität, den Trieb, das Prinzip der Anlehnung, das Unbewusste und das Konzept der Nachträglichkeit. Anschließend gehe ich noch darauf ein, in Wyrr die Psychoanalyse für eine feministische Kritik des Warenproduzierenden Patriarchats geeignet ist. Nun gibt es nicht die Psychoanalyse, sondern im Anschluss an Sigmund Freud gab es verschiedene Revisionen und Weiterentwicklungen psychoanalytischer Theorien. Bis heute haben sich verschiedene Schulen herausgebildet. Für eine kritische psychoanalytische Theorie ist allerdings das Festhalten an bestimmten orthodoxen Konzepten, zum Beispiel der infantilen, also der kindlichen Sexualität, des Triebs, der Anlehnung und der konflikthaften Entwicklung notwendig. Das werde ich im Folgenden ausführen. Ende des 19. Jahrhunderts widmete Freud sich Krankheiten wie der Hysterie. Die Hysterie und andere psychische Krankheiten wurden bis dahin entweder als körperliche Krankheiten verstanden, deren Ursprung aber noch nicht gefunden worden war, oder aber die Betroffenen wurden als Simultantinnen diffamiert. Freud entschlüsselte dieses Leiden als soziales Leiden, also als Leiden an der äußeren gesellschaftlichen Realität. Ausgehend von diesen Krankheitsbildern, stellte Freud auf die sogenannte normale Entwicklung des einzelnen Menschen von einem polymorph-perversen Wesen, polymorph-pervers meint jetzt nichts Abwertendes, sondern nur, dass die Sexualität nicht auf eine Person oder Handlung festgelegt ist. Von einem polymorph-perversen Wesen hin zu einem heterosexuellen, vernünftigen, handlungsfähigen Subjekt in Frage. Er dechiffriert diesen Entwicklungsprozess als gewaltvollen, schmerz- und konflikthaften. Dabei ist die Entwicklung zu Frau um einiges komplizierter und schmerzhafter als die zum Mann. Mann und Frau werden dabei nicht aus grundkonstanten menschlichen Lebens, sondern aus spezifisch gesellschaftlichen Kategorien verstanden. Eine zentrale Kategorie bei dieser Entwicklung sieht Freud in der Sexualität. Damit ist allerdings nicht nur das vulgäre Verständnis von Sexualität zum Beispiel als der genitale Geschlechtsverkehr eines oder mehreren Erwachsenen gemeint. Vielmehr hat Freud den Sexualitätsbegriff auf zwei Ebenen ausgewartet. Er geht einerseits von einer vorpubertären, infantilen Sexualität aus. Sexualität beginnt demnach nicht erst auf einem gewissen Alter, sondern ist ein konstituitives Moment der Subjektbildung von Geburt an. Damit einher geht andererseits die Ausweitung des Sexualitätsbegriffs von den Geschlechtsteilen weg auf jegliche körperliche Lustgewinnung. Freud geht nämlich von einer zweizeitigen Entwicklung aus und unterscheidet von der Erwachsenen-Sexualität die kindliche, die noch nicht auf die Genitalien und eine bestimmte Person oder ein Gegenstand außer sich fixiert ist. Die Sexualität wird also erst spät in den Dienst der Freutpflanzen gestellt. Der Trieb, der den Menschen zu einer sexuellen Handlung treibt, ist dabei allerdings nicht angeboren. Trieb ist nach Freud, Zitat, die psychische Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden, innersomatischen Reizquelle. Trieb ist zu einer der Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Körperlichen. Freud geht also von einem körperlichen Reiz aus, der im psychischen Streben nach Lustgewinn seinen Ausdruck findet. Der Trieb wird also dem Seelischen zugerechnet, kann aber nicht unabhängig vom Körperlichen existieren. Dieses Körperliche wird in Teilen anthropologisch, also als angeboren, gesetzt, und zwar hinsichtlich der Lebensnot, in der ein Säugling sich befindet. Der Säugling braucht von seiner Außenwelt bestimmte Zuwendungen, wie zum Beispiel Nahrung, um nicht zu verhungern. Seine Triebstruktur entwickelt sich von dort an nun mit dem Prinzip der Anlehnung. Freud beschreibt dieses Prinzip folgendermaßen, Zitat, Anfangs war wohl die Befriedigung der erogenen Zone mit der Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses vergesellschaftet. Die Sexualität lehnt sich zunächst an eine der zur Lebenserhaltung dienenden Funktionen an, also zum Beispiel, dass das Kind an der Mutterbrust saugt, und macht sich erst später von ihr selbstständig. Wer ein Kind gesättigt von der Brust zurücksinken sieht, mit geröteten Wangen und seligen Lächeln in Schlaf verfallen, der wird sich sagen müssen, dass dieses Bild auch für den Ausdruck der sexuellen Befriedigung im späteren Leben maßgebend bleibt. Nun wird das Bedürfnis nach Wiederholung der sexuellen Befriedigung von dem Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme getrennt. Eine Trennung, die unvermeidlich ist, wenn die Zähne erscheinen und die Nahrung nicht mehr ausschließlich eingesogen, sondern gekaut wird. Anna Tuschling hat zwei Bedeutungen dieses Prinzips der Anlehnung für eine Frage der anthropologischen, also was ist angeboren und was nicht, im Grundlagen der Psychoanalyse betont. Erstens stellt Sexualität demnach kein angeborenes Moment dar. Der Säugling erinnert sich an die Befriedigung bei der Nahrungsaufnahme durch das Lutschen und wünscht sich eine Wiederholung dieser Befriedigung. Zu einem Triebwunsch kommt es also erst dann, wenn die Nahrungsaufnahme schon geschehen ist. Er hat den Triebwunsch noch nicht von Geburt an. Die Nahrungsaufnahme ist zwar für den Säugling überlebensnotwendig, auf welche Art und Weise sie geschieht, ist allerdings gesellschaftlich abhängig und damit kontingent, also kein starrer, festgelegter Prozess. Sexualität verselbstständigt sich also erst im Laufe der Entwicklung des Säuglings und wird gesellschaftlich konstituiert. Zweitens konstatiert Tuschling, dass Sexualität durch seine Verselbstständigung von der Nahrungsaufnahme einen Gegensatz zum Selbsterhaltungstrieb darstelle. Sexualität stellt sich demnach nicht von Anfang an in den Dienst der Selbsterhaltung, sondern entwickelt eine gewisse Eigenständigkeit. Das wird zum Beispiel am Lutschen an Gegenständen deutlich, die keine Nahrung spenden und trotzdem Lustempfindungen auslösen. Trieb ist bei Freud also weder als rein angeboren noch als rein körperlicher zu verstehen. Dennoch bleiben weder die angeborenen Grundlagen noch die Körperlichkeit des Menschen außer Acht, sondern sie bilden schon immer Voraussetzungen für alles Gesellschaftliche. Die Triebansprüche folgen dem Lustprinzip. Was heißt, dass sie auf sofortige Erfüllung drängen. Damit brechen sie sich allerdings an der Realität. Realistisch kann nicht jeder Triebanspruch sofort adäquat befriedigt werden. Der Mensch befindet sich daher ständig in einer kontroversen Auseinandersetzung mit der Außenwelt. Er muss seine Triebwünsche abwehren, also zurückweisen und teilweise sogar verdrängen. Dass es eine Außenwelt gibt, mit der sich der Mensch auseinandersetzen muss, kann nicht verändert werden. Wie diese allerdings aussieht, welche Triebe auf welche Art und Weise und aus welchem Grund abgewertet werden und welche Konflikte entstehen, ist gesellschaftlich veränderbar. Die Entwicklung des Individuums ist also keine biologisch festgesetzte, sondern eine gesellschaftlich abhängige. So ist auch zu erklären, wie Freud, Zitat Adorno, paradoxerweise in den innersten psychologischen Zellen auf Gesellschaftliches gestoßen ist. In dieser kontroversen Auseinandersetzung mit der Außenwelt entwickelt sich ein psychischer Apparat, den Freud in Es-, Ich- und Über-Ich aufteilt. Als Es bezeichnet er dabei denjenigen Teil der Seele, der dem Lustprinzip folgt. Das Es ist erfüllt von Trieben, die nach sofortiger Erfüllung ihre Ansprüche drängen. Im Konflikt mit der Außenwelt entwickelt sich das Ich, das versucht, Realität und Triebanspruch miteinander zu vermitteln. Es wägt dabei zwischen dem Triebanspruch und der Realität ab und versucht, Kompromisse zu finden. Triebansprüche müssen bei dieser Kompromissbildung abgewehrt werden. Das Über-Ich wiederum stellt die verinnerlichten gesellschaftlichen Beziehungen, die Eltern sind hierbei sehr bedeutend, da. Es umfasst Normen, Werte, Gewissen, Moral und so weiter. Dieser Prozess ist aber nicht vollständig bewusst. Freud hat den Begriff des Unbewussten geprägt. Unbewusst ist das Es, Teil des Ichs und Teil des Über-Ichs. Das Unbewusste ist kein starres Gebilde, sondern höchst dynamisch. An das Unbewusste kann weder erinnert, noch kann darauf direkt zugegriffen werden. Es folgt eine primärprozesshafte Logik. Das heißt, es kennt keine Widersprüche und ist auch nicht realistisch. Wenn man sich den Traum, also eines der Ausdrucksmöglichkeiten des Unbewussten, anschaut, kann man eine Ahnung vom Unbewussten bekommen. Also im Traum geht ja alles drunter und drüber. Das ist ja nichts realistisch. Plötzlich sind es andere Menschen und die Zeit ist völlig anders und eine kann fliegen etc. Allerdings ist jede Betrachtung des Unbewussten schon immer durch die sekundärprozesshafte Logik des realistischen, vernünftigen Ichs, durch die es betrachtet wird, entstellt. Weil man ja nur eine Möglichkeit hat, sozusagen, durch das Ich darauf zuzugreifen. Und deswegen kann man sozusagen die Logik des Unbewussten noch nicht ganz nachvollziehen. Das Unbewusste kann also nur erscheinen. Zentral beim Unbewussten sind die Konflikte, die verdrängt worden sind. Verdrängung ist ein Abwehrmechanismus des Ichs, mit dem es Ereignisse verarbeitet, die ihm unerträglich sind. Die verdrängten Konflikte gären im Unbewussten und da sie noch nicht gelöst worden sind, drängen sie nach Wiederholung. Das Ich muss einen Kompromiss finden, in dem die unbewussten Konflikte in sozial akzeptierter Form an der Oberfläche erscheinen können. Es muss die unbewussten Triebansprüche, die in modifizierter Form immer wieder an die Oberfläche des Bewusstseins drängen, also auch immer wieder abwehren. Ein Beispiel dafür wäre ein Waschzwang. Die oder der Kranke ist gezwungen, sie ständig waschen zu müssen. Dieser Waschzwang ist aber nicht die eigentliche Krankheit, sondern nur Austritt, Ausdruck eines inneren, unbewussten Konflikts, der vielleicht entstanden ist aus dem Wunsch nach Schmutz, der aufgrund aber der Hygieneansprüche der Außenwelt eben abgewertet werden musste. Der Waschzwang wird dabei als etwas Fremdes erlebt, das einen Zwang auf die eigene Person ausübt. Er kann dabei nicht kontrolliert werden. Ähnlich wie die objektiven gesellschaftlichen Strukturen, die von den einzelnen Individuen nicht bewusst hervorgebracht worden sind und ihnen nun als Sachliche, Fremde und Zwanghafte gegenüberstehen, werden auch die Ausdrücke der vergangenen verdrängten Konflikte im Unbewussten empfunden. Der tatsächliche Antrieb des Handelns ist also nicht bewusst. Das Ziel der Psychoanalyse ist nun, statt lediglich die Symptome zu bekämpfen, also zum Beispiel das Waschen zu regulieren, die Ursachen, also die ungelösten Konflikte zu lösen. Das Lösen der Konflikte kann durch Erinnerung geschehen. Nun könnte man meinen, es gäbe ein aus früheren Konflikten entstandenes Verdrängtes, welches die Handlungen determinieren würde. Das ist aber nicht der Fall. Bei einer Kompromisshandlung beziehen sich vergangene Erlebnisse und aktuelle Situationen immer aufeinander. Christa Rode-Daxer unterscheidet im Rückgriff auf Sandler und Sandler Vergangenheits- und Gegenwartsunbewusstes, gemäß der zweizeitigen Entwicklung des Menschen. Vergangenheitsunbewusstes ist dabei das Unbewusste, welches sich ungefähr in den ersten fünf Lebensjahren bildet. Gegenwartsunbewusstes bezeichnet die aktuell verdrängten Konflikte. Vergangenheits- und Gegenwartsunbewusstes stehen dabei in einer nachträglichen Beziehung. Vergangene Konflikte, die noch nicht gelöst wurden, bleiben im Unbewussten erhalten und drängen nach Wiederholung. Das heißt nicht, dass genau die gleichen Handlungen oder Gedanken noch einmal aufkommen. Die Konflikte suchen sich in modifizierter und für die aktuelle Situation angemessener Form Ausdruck. Dafür müssen sie noch relevant sein und ihre Relevanz in der aktuellen Situation nachträglich modifizieren, also verändern und erneuern. Das Konzept der Nachträglichkeit lässt sich, wie es auch Christine Kirchhoff in ihrer Dissertation getan hat, an dem Fallbeispiel Katharina aus Freuds Studien über Hysterie erläutern. Katharina leidet unter Angstanfällen. Es stellt sich heraus, dass diese seit dem Anblick des sexuellen Verkehrs ihres Onkels mit ihrer Cousine vorkommen. Von diesem Anblick wendete sie sich sofort ab, bekam schwere Atemnot und Erbrechen über mehrere Tage lang. Sie selbst verstand nicht, warum der Anblick sie so sehr verschockiert hatte. Auf Nachfragen Freuds kommt heraus, dass der Onkel in früheren Jahren Katharina selbst gegenüber sexuell übergriffig geworden ist. Freud erklärt das Vorkommen der Atemnot und der Angst beim und nach dem Anblick von Onkel mit Cousine folgendermaßen. Als der Onkel Katharina sexuell belästigt hatte, war sie sich der Bedeutung dieses erwachsenen Sexuellen noch nicht vollständig bewusst. Erst nachträglich erlangten die Erinnerungen an die Übergriffe die traumatische Bedeutung, die sie für Katharina ab dem Augenblick des Verstehens, also als sie Onkel und Cousine beim Sex sah, gewann. Freud beschreibt diesen Effekt folgendermaßen. Zitat Sie trug damals zwei Reihen von Erlebnissen mit sich, die sie erinnerte, aber nicht verstand, zu keinem Schluss verwertete. Beim Anblick des kohitierenden Paares stellte sich sofort die Verbindung des Eindrucks und diesen beiden Reihen von Reminiszenzen, also den Erinnerungsspuren an das Vergangene erlebte, her, sie begann zu verstehen und gleichzeitig abzuwehren. Das Konzept der Nachträglichkeit nach Kirchhoff geht dabei nicht davon aus, dass es genau zwei Zeitpunkte gäbe, einen, in der das Erlebnis stattfand und einen, in der die Erinnerung an das Erlebnis aktiviert wird. Vielmehr können sich die Bedeutungen, die den Erinnerungen an frühere Erlebnisse gegeben werden, immer wieder verschieben und verändern. Das Konzept der Nachträglichkeit geht also davon aus, dass ein Erlebnis die Grundlage dazu stellt, sich später an eine bestimmte Szene zu erinnern, so verschieden die Erinnerung auch manchmal an das tatsächliche Erlebte sein kann. Dieses Erlebnis kommt nachträglich zu einer Bedeutung, in dem sich an das Erlebnis erinnert wird und es mit einer Bedeutung versehen wird, die vorher noch nicht bewusst war. Vergangenes und Gegenwärtiges bestimmen sich hier also gegenseitig. Genauso muss auch die Psychoanalyse vorgehen. Nachträglich kann anhand des bisher entwickelten Individuums darauf geschlossen werden, warum es so geworden ist, wie es ist. Vorausdeutungen oder Vorhersagen, wie das Individuum aufgrund einer spezifischen Situation einmal werden wird, sind daher unmöglich. Kirchhoff betont auch, dass sich daher mit der Psychoanalyse anthropologische Theorien kritisieren lassen, die von etwas Gegebenem auf etwas Notwendigwerdendes schließen. Die Konzepte von Vergangenheits- und Gegenwartsunbewussten und das der Nachträglichkeit betonen, dass es nicht nur darum geht, frühere Konflikte aufzuarbeiten, sondern auch immer darum, die aktuelle Situation zu verändern. Christa Rodedaxer nennt dazu das Beispiel einer Frau, die von den mit ihr zusammenarbeitenden Männern benachteiligt und oftmals überrumpelt wird und entsprechend neidisch auf diese reagiert. Der Interpretationsversuch auf der Ebene des Vergangenheitsunbewussten ist nun der, dass dieser Neid dadurch entsprungen ist, dass ihr Bruder früher auch immer von den Eltern bevorzugt worden ist und mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen hat. Diese Interpretation alleine ist allerdings nicht ausreichend, würde sie der aktuellen Situation der Frau nicht gerecht, in der sie ja tatsächlich benachteiligt wird. Mit einbezogen werden muss immer das Gegenwartsunbewusste. Die Frau wird aktuell benachteiligt. Es handelt sich um einen aktuellen Konflikt, der den Neid auslöst. Mit Christine Kirchhoff könnte man jetzt sagen, nachträglich wird der Konflikt um den Neid auf dem Bruder aktiviert und in der Erinnerung daran modifiziert, weil er in der Gegenwart relevant ist. Es muss also einerseits dezidiert feministisch die soziale Situation geändert werden und andererseits die Bedeutung des damaligen Konflikts für die Frau aufgearbeitet werden. In feministischen Diskursen ist die Psychoanalyse und vor allem die orthodoxe Freudsche stark umstritten. Freud wird vorgeworfen, dezidiert antifeministisch und biologistisch zu argumentieren. Anatomie ist Schicksal, hinsichtlich des Geschlechtsunterschieds, ist dabei einer der am meisten zitierten Sätze Freuds. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Freud von Anfang an die Menschen in männlich und weiblich aufteilt, abhängig von Besitz bzw. Nichtbesitz eines Penises. Er geht davon aus, dass beim Anblick des Penis das Mädchen sofort den negativen Schluss zieht, dass es selbst keinen hat, obwohl es doch um das weibliche Genital weiß und diese Differenz erst einmal neutral oder auch gar positiv auffassen könnte. Freud behauptet also, dass Mädchen komme automatisch auf den Schluss, dass sie etwas fehle und dass sie biologisch benachteiligt worden sei. Durch die Stimulierung der Klitoris kann, so behauptet Freud weiter, das Mädchen nicht so viel Lust gewinnen wie der Junge durch die Betätigung an seinem Penis. Das Mädchen beneidet den Jungen daher um sein hochgeschätztes Glied, entwickelt also einen Penisneid. Freud selbst gibt zu, dass das Weibliche, selbst nach jahrelanger Forschung, wie ein Rätsel darstelle. Das hat ihn nicht daran gehindert, verschiedene Behauptungen darüber aufzustellen. Er geht daher auch immer erst einmal vom Jungen aus. Der Geschlechtsunterschied zwischen Mädchen und Jungen wird also erstens rein am Penis festgelegt, zweitens biologisch fundiert und drittens wird eine angeborene körperliche Hierarchie, der Penis ist Schlussspender als die Klitoris, behauptet. Kein Wunder also, dass Freud bei diesen frauenfeindlichen und falschen Argumenten den Feministinnen nicht sonderlich sympathisch war und ist. Der Vorwurf, die freudsche Theorie, bringe patriarchale Strukturen hervor bzw. befördere sie, ist also richtig und notwendig. Nun stellt sich allerdings die Frage, warum Freud solche Auffassung vom Geschlechtsunterschied hatte, denn ganz vom Himmel gefallen sind sie nicht. Wenn man sich nun die Realität des wahnproduzierenden Patriarchats und die Lebensrealität der darin lebenden geschlechtlichen Menschen ansieht, hat Freud doch recht. Die Kategorien Mann und Frau werden tatsächlich am Penis festgemacht. Klitoris und Vagina werden eher als Nicht-Penis, denn als eigenes Geschlecht angesehen. Das sieht man zum Beispiel bei so Entscheidungen, wenn es nicht ganz eindeutig ist, welches Geschlecht eine Person hat, dann ist oft der Fall, dass sie halt zwangsweise in eine der Geschlechtskategorien gesteckt wird und das wird eben zum Beispiel abhängig gemacht, okay, hat die Person einen Penis, dann ist es ein Mann und wenn sie keinen hat, wird es eine Frau. Klitoris und Vagina werden eher als Nicht-Penis, denn als eigenes Geschlecht angesehen. Kein Wunder also, dass dem Mädchen etwas fehlt. Weibliche Masturbation ist tatsächlich sozial tabuisierter als die Selbstbefriedigung des Jungen. Außerdem, um von den Geschlechtsteilen etwas wegzukommen, ist es bittere Realität, dass jungen Mädchen gegenüber bevorzugt werden, Aufmerksamkeit bekommen, sich viel mehr Sachen erlauben dürfen, lauter sein dürfen und so weiter und so fort. Frauen sind Männern gegenüber tatsächlich benachteiligt und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaft. Kein Wunder also, dass das Mädchen den Jungen oder später die Frau den Mann beneidet. Der Neid bezieht sich dabei allerdings nicht rein auf den anatomischen Penis, sondern vielmehr auf den Phallus als Machtsymbol. Wenn sich ein Mädchen also einen Penis wünscht, so wünscht sie sich einen Ausweg aus ihrer Ohnmachtsposition bzw. sie wünscht sich die Machtposition, die dem Jungen zukommt. Dass diese Ungleichbehandlung von Jungen und Mädchen am Penis festgemacht wird, ist dabei nicht verwunderlich. Wird der Penis gesellschaftlich doch als der Unterschied zwischen den Geschlechtern gesehen. Man kann also sagen, dass Freud mit seinem biologischen Geschlechtsunterschied tatsächlich daneben lag. Kritisch gewendet allerdings, nämlich als gesellschaftliche Geschlechtsungleichheit verstanden, kann die orthodoxe Psychoanalyse als fruchtbare Theorie geschlechtlicher Entwicklung gesehen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, für eine kritische Theorie der Gesellschaft ist die Psychoanalyse notwendig, um das Individuum in den Blick zu nehmen. Wichtig ist aber eine kritische, feministische Lesart der Freud'schen Theorie. Dass die Psychoanalyse als deterministisch, individualistisch und antifeministisch wahrgenommen wird, liegt einerseits an bestimmten falschen Lesarten und Revisionen bzw. an einer bisher ungenügenden emanzipatorischen Kritik der Freud'schen Theorie. Andererseits aber, und darauf will ich auch den Schwerpunkt setzen, liegt es an den realen Verhältnissen, deren Ausdruck die Psychoanalyse ist. Anstatt also die Psychoanalyse als Ausdruck der falschen gesellschaftlichen Verhältnisse aus der Welt schaffen zu wollen, sollten besser alle gesellschaftlichen Verhältnisse umgestützt werden, in der der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Dazu brauchen wir eine kritische Psychoanalyse als Bestandteil einer Gesellschaftskritik, die ihren Gegenstand und damit auch sich selbst abschaffen will.